so leute und herzlich willkommen zu einem neuen so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal so war die begrüßung wieder sind wir hier beim länder in der schönen landschaft und heute gibt es ein paar schöne silberkaskade das sind die jf 04 hier haben wir das backlabel 20 gramm auf zwei stück das heißt einer hat zehn gramm das ist schon ganz ordentlich auf jeden fall das ist nicht schlecht und die habe ich auch schon in graal getründet wir reisen mal das ich kann es nicht leugnen und vom design mit dem diamant echt schön das ist echt nicht schlecht genau und da würde ich sagen machen auch gleich die zwei im doppelpack genau die silberkaskade so jetzt bei dieser wunderschönen location hier ist sogar ein kleiner see machen wir jetzt die silberkaskade gehen wir mal hin und da kommt der erste romantisch aber kurz und diese kulisse so machen wir noch einen zweiten also absolut traumhaft oder absolut wirklich also für zwei euro oder 1 80 oder 1 70 würde ich euch die empfehlen leute wenn ihr die seht nimmt immer mit die gibt sogar bei tosch pyro in der 6er schachtel also greift zu und wird sagen sehen wir uns im nächsten video haut rein und ciao Bis zum nächsten Mal.